Ich versuche mir mal heute besonders viel Zeit zu nehmen und wirklich bei jedem Zug des Gegners kurz innezuhalten und zu überlegen, was will er mit dem Zug überhaupt machen. Nicht einfach nur spielen und stumpf meinen Plan verfolgen, sondern wirklich, oh offenen Sizilianer würde ich jetzt gerne spielen, sondern wirklich gucken, kann ich meinen Plan noch spielen, hat sich das Brett jetzt wirklich dadurch verhindert, hängen vielleicht ein paar Figuren von mir. Ja, das Video wird dann länger, aber ich möchte hier ja auch selber versuchen, besser zu werden mit dem Kanal. Und das geht halt nicht, wenn ich so kurze Partien spiele und gleichzeitig kommentiere, das fällt mir dann besonders schwer. Jetzt sind wir in einem komischen Neidorf, ein bisschen verzögert. E6 hat er als Zwischenzug noch irgendwie geholt. Normalerweise spielt man schon A6, meine ich, früher. So, wir schauen jetzt erstmal, was Schwarz macht. Dame hier rein. Die Variante ist, hatte ich schon einmal vor ein paar Wochen offenbrett und ich habe ganz ehrlich, weiß ich nicht mehr, wie man dagegen am besten spielt. Wir schauen erstmal, wir schauen erstmal. Seine Dame schaut schon mal hier rein. Wenn ich gleich schaffe, Rohade zu spielen, dann kommt bestimmt der Läufer irgendwann auf D6 und A6 hat er gespielt, damit ich nicht mehr diese Gabel dann auf Läufer und Dame spielen kann. Okay, jetzt verstehe ich schon mal den Sinn dahinter. Was mache ich trotzdem? Läufer E2 und Rohade sieht sicher aus. Muss man schon mal schauen, was ich auf Läufer D6 mache. Ich kann ja jetzt nicht einfach Läufer E2 spielen, dann kommt der und dann Rohade, dann hat er schon mal den Bauern. Das wird schwierig. Mit F4 ist mir das ein bisschen zu riskant und E4 im Nachzug, weil es den König zu sehr öffnet über die schwarzen Felder. Eine komplett andere Idee, die ich jetzt noch nie gespielt hätte, wäre G3 und Läufer G2. Dass wir so eine Art königsindischen Angriff hier machen. Nur so geschlossen ist das jetzt auch nicht mehr. Ja, da wir jetzt den Plan von Schwarz wissen, möchte ich ein bisschen improvisieren. Und den Aufbau spiele ich eigentlich nicht, aber ich finde das besser als die andere Variante, die ich gerade gezeigt habe. So rausnehmen geht noch nicht. Und das ist auch schon mal ein schöner Zug. Dann bin ich seinen schwarzfälligen Läufer los. Ich könnte aber auch erst Läufer G2 spielen. Läufer F4 greift die Dame an. Er wird wahrscheinlich den Läufer dazwischen ziehen. Und wenn ich hier rausnehme, mache ich nur seine Zentrumsbauern ein wenig stärker. Also ich mache... Oh, Moment. Oh, Moment. Ich habe doch extra gesagt, ich muss mir mehr Zeit lassen für Partien. Wenn es eine 10 plus 0 Partie wäre, hätte ich sie wahrscheinlich so gespielt. Das geht nicht. Die Gabel kommt. Was, wenn ich tausche? Er nimmt raus und dann Läufer F4. Kann er dann nicht einfach trotzdem den Bauern vorspielen? Was aber dann seine eigenen Figuren auf den schwarzen Feldern blockieren würde. Ich bleibe dann wohl erst mal bei Läufer G2. Läufer G2 und dann können wir immer noch schauen, wenn er rausnimmt. Ist das gut für uns, weil er dann den Läufer nicht ziehen kann? Gut, Läufer G2 und Ruhado. Dann steht der König erst mal sicher. Ja, das ist wichtig. Genau, die Videos werden wohl jetzt etwas länger. Ich versuche, so viel es geht rauszuschneiden, dass du hier nicht 45 Minuten bei dem Video hocken musst. Also Teile, die ich wiederhole oder Stellen, wo ich nichts sage. Ich versuche, alles rauszuschneiden. Ja, das wird super viel Aufwand für mich. Aber es ist, glaube ich, das Beste, um so gut es geht für dich zu erklären, wenn du noch Anfänger bist und so gut es geht für mich selber zu reflektieren in der Analyse und mir genug Zeit zu lassen, dass ich nicht im Endspiel total schlecht spiele und genug Zeit zum Nachdenken habe und dass ich selber besser werde, weil ich werde gefühlt, seit ich auf den 2000 hier rumhocke, nicht besser. Ich versuche jetzt andere Ansätze. Kurze Ankündigung an der Stelle. Ich habe ein Video für Kanalmitglieder rausgebracht. Dort erzähle ich ein wenig darüber, welche Eröffnungen ich demnächst lernen möchte und spielen möchte, um mein Level ein bisschen anzuheben und Schach seriöser zu nehmen. H6. Was verhindert das? Läufer G5 wird verhindert. Er möchte Springer F6 spielen. Wobei Springer F6 ist jetzt gar nicht mehr so schlimm eigentlich, weil die Dame ja nicht mehr auf D8 steht und die Fesselung nicht mehr so stark wäre. Also das ist wahrscheinlich einfach so ein Spieler, der gerne A6, H6 spielt. Ich bleibe mal bei der Ruchade. Oder hat das noch eine andere Intention? Wenn ich Ruchade spiele, dann kann er schon direkt mit G5, kann er nicht. Der Turm hängt dann. Okay, also Ruchade ist sicher. Konkret könnte ich spielen. Entweder Läufer entwickeln, Tüme verbinden und den Turm auf D1 stellen. Oder ich habe noch eventuell Ideen mit F4. F4 und dann hier die Stellung schließen und seinen König angreifen, wenn er dann noch schafft, kurz zu hochieren. Was ich jetzt mit Sicherheit weiß, er kann den Läufer nicht ohne weiteres ziehen. Und er hat Schwierigkeiten jetzt, seinen König in Sicherheit zu bringen. Da sein König noch im Zentrum steht, ist es eigentlich eine kluge Entscheidung, das Zentrum aufzureißen. Wie könnte ich das denn jetzt machen? Könnte ich E5 spielen? Der nimmt einfach raus. Ist ja von der Dame gedeckt. So, Läufer F4 ist immer noch eine schlechte Idee. Das kommt auch eine Gabel. Bauerngabeln gibt es ja auch, nicht nur Springergabeln. Also Läufer F4 und G5 geht nicht mehr. Läufer E3 ist eine Idee. Dann E rein. Mein Springer kann ja auch nicht hierhin. Das wäre auch zu schön. Mein Name ist Turm auf D1-Stände. Also erstmal Läufer E3. Nochmal schauen, was will der Gegner jetzt machen? Den Läufer rausziehen und lange Rochade spielen. Dann könnte ich auch schon vorbereiten, mit diesen Bauern hier loszulaufen. Mir selber, ich merke, das bringt viel mehr, wenn ich wirklich immer hinterfrage, was will mein Gegner mit dem Zug bezwecken. Nicht einfach nur seine eigenen Züge machen, sondern wirklich immer konkret auf den Gegner. Und du siehst, ich habe jetzt schon 4 Minuten meiner Zeit verbraucht für die Eröffnung. Klar, wenn man Eröffnungen und Varianten auswendig kann, aber insbesondere bei sowas, das ist so eine seltene Sizilianisch-Variante. Für einen Amateurspieler kannst du nicht diese Variante auswendig wissen, für bis Zug 12 oder so in Theorie. Der plant weder noch Rochade. Das heißt, ich muss die Stellung jetzt aufreißen. Er will über die Flanken angreifen. Was, wenn ich hier mache? Dann bin ich schon zweimal da drauf. Oh, ich kann jetzt den spielen. Das hat diese Diagonale geöffnet. Sehr gut. Und dann kann ich die Stellung aufreißen, weil wenn er, sagen wir, er spielt den, ich nehme den Läufer raus, er nimmt raus, dann kann ich schon hier rausnehmen. Er kann nicht zurücknehmen, das heißt, er muss den Turm ziehen. Und dann kann ich hier rausnehmen. Dann schlägt er aber mit dem Läufer. Und ich spiele Turm AD1. Oder kann ich erst Turm AD1 spielen und dann den? Dann ist es vielleicht schon zu spät, weil er E5 spielen könnte. Dann ist es schon zu spät. Er hat dann E5 oder B4. Wäre schon sehr schön, wenn mein Turm hier schon bereits stehen würde. Aber ich gehe jetzt auf E5. Ja gut, er kann die Stellung schließen. Aber dann kann ich mit meinem anderen Plan hieran mit F4. Es kommt auch, weil sein König in der Mitte noch steht, eventuell ein Leichtfigurenopfer in Betracht. Zum Beispiel, Springer schlägt, schlägt und dann irgendwie, wenn der Turm hier steht, na jetzt geht noch nichts Konkretes, aber na gut, er nimmt erstmal raus. Ich kann den Turm nicht nehmen, aber ich kann vielleicht, ich hätte jetzt schon überlegt, ob ich irgendwie Schach geben könnte mit der Dame, aber das geht nicht. Ich habe selber gerade gesagt, die Dame deckt noch hier. Da muss ich aufpassen. Was ist, wenn ich meine Dame zum Tausch anbiete? Nimmt, nimmt. Und hat dann der Turm noch Felder. Der Turm kann noch hier hin. Und dann kann ich mit meinem Läufer hier hin, greife den Turm an und den Bauern. Und der Turm kann nicht hier hin, weil mein Läufer da noch deckt. Nicht hier hin und nicht hier hin. Das wäre super schön. Jetzt drohe ich seine Dame zu schlagen und seinen Turm zu schlagen. Das heißt, er wird wohl meine Dame nehmen. Ich nehme seine Dame. Er zieht den Turm hier hin. Ich greife den Turm und den Bauern an. Das sieht verdammt gut aus. Das war jetzt aber eher auch ein bisschen minimalen Glückstreffer, weil ich voll vercheckt habe, dass er mit der Dame den Bauern auf E5 noch weiter hindeckt. Aber wir haben trotzdem eine schöne Strategie uns hier ausgedacht. Sein Turm ist jetzt gefangen. Und diese Variante mit rausnehmen und halt, wie es hierzu kommt, kann man wirklich errechnen, wenn man mehr Zeit hat. Und ich habe ja jetzt schon wirklich, die Partie geht ja jetzt schon 11 Minuten bei mir. Gut, ich schneide noch ein ganzes Stück raus. Das wird bei dir wahrscheinlich 6-7 Minuten jetzt sein, bis zu dem Zeitpunkt. Aber genau das meine ich. Wenn ich 10 plus 0 oder 5 plus 0 gespielt hätte, dann hätte ich all das nicht so schnell gesehen. Vor allem, ich habe ja erst auch mit 28 wieder mit Schach angefangen. Wir sind halt ein bisschen langsamer als die, die mit 8 oder 9 mit Schach anfangen. Wir werden jetzt nochmal schauen. Läufer auf C7. Greift den Turm an. Wo kann der Turm hin? Der Turm kann nicht hier hin. Die ganze Diagonale ist dicht. Der Turm kann nicht hier hin. Ja, das war's. Das war's. Doppelangriff hin oder her. Wir haben jetzt seinen Turm. Er kann höchstens hier die Qualität hergeben. Er nimmt raus, wir holen uns den Bauern zurück. Und sein König ist immer noch nicht sicher. Einmal rausnehmen. Nimmt zurück. Gut, er hat ja ein bisschen Kontrolle über die schwachen Felder. Aber den Bauer nehme ich auch noch mit. Aber die Damen sind ja vom Brett. Und Königssicherheit wird dann nicht mehr allzu groß geschrieben. Jetzt ist der Bauer schwach geworden. Unser Läufer ist angegriffen. Läufer wieder auf C7. Den Turm ran. Den Turm hier hin. Den Bauern angreifen. Oh, ich werde dann den König schon hier hin entwickelt. Läufer zurück. Ja, das wird er nicht machen. Das wäre zu verrückt. Ja, ich muss mir generell mehr Zeit für so die kritischen Punkte in der Partie nehmen. Ich habe übrigens mein Mikrofon ausgetauscht. Vielleicht schon gesehen. Von der Qualität her ungefähr gleich. Aber es ist ein dynamisches Mikrofon. Nimmt weniger Hintergrundgeräusche wahr. Und ich habe endlich ein Mikrofonarm. Also es macht das Ganze schon ein bisschen angenehmer. Und wieder spaßiger Content zu machen. Springer wurde entwickelt. Zurück zur Partie wieder. Turm hier rein. Der Läufer ist ja richtig blockiert. Ich kann es hier richtig drauf anlegen. Okay, dann kommt der. E5 hält noch meinen Turm auf. Aber schwächt D5 für später. Also Turm AD1. Ich könnte auch weiterhin Täusche erzwingen. Das erzwingt einen Tausch. Aber mein Läufer steht da ganz gut. Also Turm AD1. Ich kann ihm Schach geben. Aber er kommt immer noch raus. Nichtsdestotrotz steht da mein Turm sehr gut. Er kann seinen Läufer nicht entwickeln. Sonst nehme ich den Turm. Boah, das ist verdammt gut. Das ist verdammt gut gerade, wie wir hier stehen. Okay, er deckt das Feld jetzt. Kann ich mit meinem Turm nicht rein. Was kann ich stattdessen machen? Turm E1 oder Springer hier ran. Und Schach geben. Erzwingt einen Tausch. Weil sonst der Läufer weg ist. Springer hier. Ist ein sehr schönes Feld für den Springer. Vorsicht vor Abzügen. Kann der Springer irgendwo hin oder eine Figur dann angreifen. Und gleichzeitig meinen Springer, ja. Hier hin. Um den Bauern anzugreifen. Und dann habe ich hier Schach. Er nimmt raus. Ich nehme raus. Er nimmt den Bauern auf C2. Ich habe Schach. Er geht hier. Und weil der Läufer dann weg ist, hätte ich seinen Turm. Das sollte lang genug berechnet sein. Ich vermute mal, andere Züge sind jetzt auch nicht so gut. Für Schwarz. War jetzt auch nur ein Beispiel. Dass man auf solche Abzüge einmal kurz achten sollte. Weil er könnte hier vielleicht gleichzeitig eine andere Figur angreifen. Und der Springer hängt. Ich muss sagen, hier im Zimmer ist es verdammt kalt. Gestern aus der Türkei gekommen. Wunderschön dort. Und wieder zurück hier hin. Es ist einfach kalt. 20 Grad im Zimmer. Ich friere. Bitte eine Frostbeule. Er spielt genau das, was ich gesagt habe. Obwohl es nur ein Beispielzug gewesen ist. Rechnen wir nochmal aus. Schach. Das ist erzwungen, dass er schlagen muss. Weil sonst kriege ich den Läufer. Das heißt Schach. Er nimmt raus. Ich nehme raus. Springer schlägt C2. Schach. König hier. Turm gewinnen. Der Springer kann da nichts machen. Außer er lässt ihn stehen. Und dann hat er ja noch die Wahl, welchen Bauern er schlagen kann. Ja, dann kriegt er eventuell einen Bauern zurück. Ja, das ist erzwungen. Nimmt raus. Jetzt muss er den König schon ziehen. Hier hin. Okay, wenn er jetzt als Zwischenzug König F7 spielt, dann gewinnt er tatsächlich einen Bauern. Diese Variante habe ich nicht berechnet. Noch konkreter sogar. Geht direkt hier rein. Dann könnte ich aber einfach auf den Bauern nichts geben. Ich könnte den spielen. Dann hat er aber das hier. Aha. Also wenn ich jetzt zweimal dran wäre, wäre es zu schön, wenn ich hier reinkäme. Dann König hier. Schach. König kommt noch irgendwie raus. Na gut. Tüme verdoppeln. Mal eine schöne Idee. Was ist, wenn ich... Oh, ich sehe Taktik. Einfach nur, weil ich mir länger Zeit nehme für die Züge. Wie schön ist das denn? Ich greife den Läufer an mit Turm B6. Läufer zieht weg. Schach. Und das ist alles erzwungen. Es ist einfach erzwungen. Und Schach ist so schön, wenn man lange genug die Varianten berechnet. Ich könnte aufgehen bei solchen Partien. Wirklich wunderschön. Wow. Ich freue mich einfach richtig. Das ist so eine schöne taktische Partie. Einen Fehler habe ich noch gemacht vorhin mit dem Bauern hängen lassen, als er hier rausgenommen hat und mit der Dame gedeckt hatte. Da habe ich, gebe ich zu, einfach nicht gesehen, dass er einfach rausschlagen kann. Aber, oh, aber das ist doch einfach, das ist doch einfach ein Traum. Und das war alles zerzwungen, weil die Figur ist ungedeckt, die Figur ist ungedeckt, der König steht offen und nicht sicher. Das, auf diese Signale kann man einfach hören und achten und dann Taktikaufgaben machen und sich länger Zeit nehmen. Und ich hoffe, ab heute fängst du auch an, nicht mehr kurze Partien zu spielen und dir Zeit zu nehmen. Und mein Gegner gibt auf.